back in the game anno 1800 ja freunde wir machen weiter und bauen weiter an der dds gmbh da haben wir ja noch ein paar firmen und manufakturen die wir hier rein prügeln müssen damit wir unsere firma wieder an start damit wir unsere gesellschaft wieder an den start kriegen es fehlen ja noch die menschen lassen sie hoch leben die manufakturen ansonsten haben wir ja alles bereits so wieder hergestellt und es läuft dann auch schon ein stück weit besser damit die items die wir dafür brauchen die habe ich ja hergestellt die habe ich auch in der zwischenzeit schon mal kurz ausgerichtet die handelskammer auch angeschlossen und eben diese drei bedürfnisse drei items hier können hier richtig für randale sorgen wir hatten ja vorher 48 firmen der platz ist natürlich ein bisschen geschrumpft weil wir eben alles darauf ausgerichtet haben abflugbereit du jetzt nicht hier das ist eben thematisch zusammengehört dass er jedes item da starten oder jede firma da ist wo es auch ein item gibt was es produzieren kann es ist ja so dass wir hier ja totales chaos hatten weil man ja jede firma einfach nur irgendwo mal angeklatscht hat wo man sich denkt so ja komm ich brauche einfach platz ein geschickter zug sich dieses fachwissen zu sichern ende die handwerkskammer items nicht zu den firmen das brachte natürlich dann unheimlich irgendwie schwierigkeiten da rein weil als sie hat keine vorteile hatten oder außer gerade noch eben die 50 prozent oder 60 prozent das ministerium für arbeit bietet aber eben keine vorteile für sie zum beispiel die doppelte redundanz das brachte halt irgendwie keine vorteile grund dafür warum das gemacht werden musste war ein absoluter mangel an lacke und farben das ging ja gar nicht mehr gut wir konnten die kaufhäuser nicht mehr bedienen das lief ja gar nicht was halt zum rückgang der leute führte und am ende eben auch in den einzelnen produktionsstücken die halt geben lacke und farben brauchen das sind ja hier bei den westhörchen sind das ja die spielwaren zum beispiel die gehören damit zu den cognac die billiardtische die violinen und geben die spielwaren ich meine billiardtische violinen und spielwaren benötigen farben und lacke anders als der cognac der braucht den nicht das wäre etwas mehr merkwürdig wenn man da farben und lacke reinkippen würde aber das würde einen in diesem spiel auch nicht unbedingt wundern so und wir machen jetzt also erstmal weiter und knallen dann jetzt hier die firmen rein möglichst bitte so dass die handelskammer ihre wirkung entfalten kann wir sehen dann auch gleich dass die produktion für die produkte anspringt eine explosion erschüttert eine ihrer fabriken weil sie eben außerhalb auch nur so ganz ein feuer ist ausgebrochen außerhalb der reichweite die handelskammer eben gerade so hierhin hat ja der oben nicht schon wieder keinen vorteil damit nur damit wir hier was anderes hinstellen können das bringt uns also nichts das heißt die handelskammer jetzt jetzt passt es etwas besser dann haben sie jetzt alle den vorteil weil das ist ja das worum es hier geht eben den vorteil auszunutzen sonst hätten wir die ganze schule dann brauchen die flammen wurden gelöscht das problem ist ich habe mir zwar aufgeschrieben wie viele firmen ich hatte nur dummerweise eben nicht wie viele was hergestellt haben da müssen wir dann nachher mal eben gucken oder ich muss dann noch mal die die dann die auslastung ist dass ich da ein gutes verhältnis habe dass das ganze passt fangen mit spielzeug an dann sieht der weitere fahrplan aus weil das ist jetzt nicht mehr allzu viel arbeit sieht dann der weitere fahrplan so aus dass wir dann zurückgehen in die neue welt dort werden wir notgedrungen dann doch die letzte insel besiedeln müssen auch wenn ich das ja eigentlich nicht wollte aber leider gottes reicht das aufregend eine berühmtheit ist gerade angekommen hinten und vorne nicht aus um hier vernünftig arbeiten zu können auch dort hatte ich eigentlich hatte ja items produziert die habe ich auch schon rüber gekarrt aber trotz all dem reicht es nicht aus und das heißt wir müssen dann noch änderungen da vornehmen was mir eigentlich überhaupt nicht schmeckt aber okay nützt am ende ja nichts sie wollen ja hier die vorbereitung vorantreiben danach wären wir eigentlich soweit mit dem spiel an und für sich erst einmal und müssten dann warten allerdings habe ich mir gedacht werden wir noch eine kleine bonus coverage machen das wäre pimp my area 51 bei mir gehen nämlich langsam aber sicher die forschungspunkte aus für einige projekte die ich auch brauche um meine great distance an den start zu bringen sollen ja für mich den hauptwarenverkehr übernehmen in der neuen welt auch in der neuen welt da kommt weil das ist ja kein geheimnis was uns da erwartet mittlerweile und wir könnten zwar luftschiffe nehmen dafür waren sie auch wohl mal gedacht aber wenn ich die luftschiffe nehmen kann wenn ich meine great eastern da einsetzen kann die halt für mich umsonst fährt warum sollte ich dann teure luftschiffe in einsatz ein einsatzbestellung bringen das bringt mir eben nicht besonders viel halte ich für relativ unnütz das ganze und eben dafür muss dann die great eastern eben dann hier und dafür brauche ich halt eben die items und da bin ich halt wie gesagt schon auf den letzten end mit erreichen meine forschungspunkte nicht mehr aus das heißt da muss dann noch was gemacht werden ich würde dann da gerne versuchen mal die internationale post anzuschmeißen ob das funktioniert das bringt uns dann ja schon mal 25 einwohner mehr pro haus investoren schätzen zwar die früchte meiner arbeit aber was wissen sie schon über dem baum aus dem sie stammen hier werden wir dann jetzt mal in die kognak produktion einsteigen der ist ja streckenweise schon ganz schön runter gefahren ich hoffe ich komme mit dem platz hin hier haben wir auch noch gar keinen stroman start sehe ich gerade das macht die ganze sache auch nicht besser so wollen wir mal gucken wo wir das kraftwerk da reinsetzen können ich glaube da gibt es ach die alles kann man jetzt auch gar nicht angeschlossen dann müssen wir das auch nochmal machen so das hier wäre ein ziemlich guter platz dafür weil hier ist halt so ein dead spot vielleicht können wir das aber auch ein bisschen umgehen indem wir hier einfach nochmal ein bisschen verschieben aber ich bin da oben schon ziemlich am ende ich sag mal das ist auch so ein dummer punkt der ziemlich bewusst wahrscheinlich wobei das da oben ist eigentlich quatsch da könnten wir das ja eigentlich so hier entschieben dann haben die zwar nicht unbedingt einen einfluss die beiden jetzt hier nicht unbedingt aber dafür könnten wir versuchen da das kraftwerk reinzusetzen das würde ja tatsächlich ein sinnerfüllter platz dessen taktik durch dummerweise noch nicht aufgeht wegen der straße auf der anderen seite gesehen muss da überhaupt straße lang laufen bis auf die eisenbahn dann tut das eigentlich gar nicht not außer ich lass das da lang laufen dann machen wir das doch anders dann ziehen wir doch die straße hier gerade rein die straße jetzt hier ab die straße jetzt hier ab die straße jetzt läuft doch so bumsebumse und schon hätten wir hier strom in der putze zumindest im oberen teil dann müssten wir wahrscheinlich hier nachher nochmal eins hinsetzen weil das natürlich da oben relativ verschwenderisch ist weil eben die reichweite ins meer geht und nicht eben nach hier unten aber da ist gerade für mich irgendwie der sinnigere platz wir könnten vielleicht mal gucken ob wir das vielleicht hier doch noch runter ziehen können aber da kommen wir nicht weit da werden wir einfach in den sauren apfel beißen und eben aus platzmangel hier einfach das kraftwerk nochmal hinsetzen so zack verbunden danke tschüss dann hätten wir nämlich wie soll ich den ausgebaut dann passt das nämlich schon und dann können wir mal eben gucken wie der kocknack versauen wie das jetzt aussieht hier ziehen wir mal eben alle städte zusammen dann können wir mal eben die bedarf ermitteln da reicht noch nicht das sehen wir jetzt schon nee da müssen wir noch ein paar mehr hochziehen also da brauchen wir noch mindestens beinahe das doppelte das wird echt eng aber gut diese mal diese hier laufen auch noch nicht an weil wir hier auch noch kein lagerhaus in der hier haben das wäre da jetzt mit einem hinsetzen so ralawak wie gesagt wir müssen da noch unheimlich viel rein quetschen hier in dieses kleine gebiet weil wir das anders nicht hinkriegen jetzt geht hier schon wieder Quarzsand zu Ende okay das ist jetzt irgendwas fehlt immer ja Mehl ist jetzt nicht so schlimm das ist ja nur für die Kekse die Menschen lassen sie hoch leben da ist der Quarz dann schon ein bisschen schlimmer aber der wird ja geliefert ein geschickter Zug sich dieses Fachwissen zu sichern und bestellt eben das wird ja eben eine Weile dauern natürlich ist die Eisenbahnverbindung jetzt dahin natürlich auch assi lang weil er muss ja hier irgendwie durch das ganze Gemüse fahren zum Glück haben wir den Hafen hier da geht es eigentlich noch da ist natürlich das Kraftwerk hier schon ein ganz anderer Schnack wo sich die Bahn eben lang schlängeln muss aber wir sehen auch wir haben gerade sowieso hier mit Keksen sind wir voll das heißt es ist völlig egal gegebenenfalls kann man hinterher noch sagen okay wir haben zu viele Keksfabriken sowieso am Start dass man dann noch sagt okay wir nehmen Keksfabriken wieder raus und ersetzen die dann eben halt das funktioniert ja die Schreibmaschinen und dann rückt das ganze eben alles ein Stück weit auf um hier gleich noch mehr Platz zu schatten aber das sehen wir ja gleich dann noch obwohl hier müssten wir auch erstmal eine Straße reinziehen dann hat das Ding da oben auch mehr Effekte dann sieht das ganze sowieso wieder ganz anders aus was die Produktion angeht und man sieht das dann schon hier sind wir bei fast 330% und die ohne Effekte halt irgendwie nur bei 200% das heißt dann schon das könnte dann auch schon beinahe reichen jetzt sind wir bei 29% jetzt sehen wir mal ich weiß das gar nicht hätte sich die Zahl auch mal merken können so tatsächlich haben wir jetzt auch genug also das sind jetzt bei wer braucht wir produzieren 31 brauchen 26 das heißt wir haben ein Plus von 5 da kommen wir eine ganze Weile mit hin das ist also jetzt erstmal kein Problem mehr dann können wir mal gucken wie das mit dem anderen aussieht was haben wir hier das waren ja jetzt die Puppen oder besser gesagt das Spielzeug werfen wir da mal einen Blick drauf ob wir das alles brauchen oder ob wir Spielwaren stellen wir 49 in der Spitze hier und wir brauchen hier gerade mal 14 das heißt wir können die Hälfte also hier habe ich die noch nicht markiert hier aber so viel mehr sind das auch nicht das heißt da können wir getrost die Hälfte der Spielzeugwaren wir können Firmen schon mal ummodeln in wahrscheinlich Billardtische mal gucken hier die Menschen lassen sie hochleben da machen wir Billardtische mal so ein paar davon produzieren wir mal da ist jetzt die Unterscheidung von der Farbe her nicht ganz so groß finde ich da hätte man einen besseren Farbkontrast reinbringen können von der Form her erinnern sich die Firmen ja nicht das macht es auch ein bisschen schwierig aber ich möchte die schon so halbwegs thematisch zusammenhalten so jetzt haben wir hier doch 1, 2, 3, 4 und 5, 6 davon auf der Start 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 Manufakturen für Billardtische dann müssen wir mal eben gucken wie wir jetzt damit zu Rande kommen Billardtische 27 können wir in der Gesamtheit herstellen 34 brauchen wir da kommen wir auf keinen Fall mit hin das haben wir gerade bei den Cognac ja auch gedacht und dann macht es nochmal einen Sprung nach oben aber sieht tatsächlich nicht so aus als würde sich in der Zahl großartig was ändern da werden wir nochmal nachlegen 2, 3 Firmen ich weiß jetzt auch gerade nicht warum die Produktion hier so schlecht anläuft also das liegt an ein Warenhaus da sollten wir uns hier vorne nochmal jetzt hin doktoren und dann auch nochmal ein paar Feuerwehren strategisch verteilen auch hier sollte hier unten auf jeden Fall ein Warenhaus stehen hier machen wir die Feuerwehr rein wir gucken hier sowieso ein Deadspot von daher bietet sich hier das Warenhaus auch an wobei das eigentlich gar kein richtiger Deadspot ist weil er dann doch hier etwas abgehackt ist der Deadspot befindet sich eher mehr hier oben der ist tatsächlich mehr hier an mal gucken hier ja das ist hier alles totes Gelände da kann man nichts machen da bietet es sich hier an tatsächlich eher eine Firma zu machen hier neben bauen wir nochmal eine Feuerwehr rein dann verbinden wir das Lagerhaus hier haben sie es auch nicht ganz so weit verkürzen wir mal die Transportwege und wie gesagt dieser Totepunkt ist dann eben perfekt ausgelastet da kann man bei Handwerkskammern dann immer schön solche Sachen reinsetzen die eben keinen direkten Einfluss haben natürlich wenn man in den Rathäusern das macht und man setzt da die Feuerwehr rein und man sagt ich habe aber im Rathaus jemanden sitzen der die Feuerwehr beeinflusst ja, should happen dann hat man da natürlich damit dann eher ein Problem da muss man natürlich sehen dass die Feuerwehren dann eben im Umkreis oder in den Kreis selber sind wenn es auch wenn es jetzt hier um die Handelskammern geht da hat die Feuerwehr ja da hat man ja auf die Feuerwehr keinen Einfluss wenn man die voll hat da können die dann durchaus in diesen Ecken stehen oder in diesen ja toten Punkten stehen die diese Kreise eben entwickeln wie gesagt da eine Firma rein stellen da kann man Sachen rein stellen wie zum Beispiel wenn wir jetzt hier wir machen ja Mehl oder so da kann man das dann durchaus unterbringen hier wird mir der Quarztmangel machen so ein bisschen versorgen eigentlich habe ich genug da aber 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 da jagen wir einfach doch nochmal ein Schiff los ne der Quarz ist hier in der Bank nicht im Lager Quarz ist teuer deswegen liegt das bei mir auf der Bank eigentlich wird die Insel ausreichend mit Quarz versorgt es findet auch ein direkter Einkauf statt über den Käpt'n aber das reicht dann tatsächlich wohl nicht aus obwohl ich da ein 8er Luftschiff jetzt hängt der Komputer so dann können wir mal gucken Quarz da ist eigentlich nein das ist eigentlich nur ein Schiff ich dachte ich hätte da eine doch hier ist es doch das versorgt das zwar auch und wie gesagt und der Einkauf findet über den Käpt'n eben auch statt aber da hakte wohl irgendwo was wahrscheinlich irgendwie hier sich lange Ladezeiten das darf man ja nicht vergessen dieses Luftschiff ist ja ziemlich groß und bei gerade mal wenn man Pech hat nur 2 Tonnen pro Sekunde Ladezeit dauert das natürlich Ewigkeiten bis das Schiff bei 8 Items vollgeladen ist das ist dann noch ein nächstes Problem was ich dann angehen möchte ist gucken dass wir die Verladezeiten dieser Luftschiff ein bisschen verkürzen weil das halt sehr sehr lange dauert aber das ganze sollte jetzt erstmal ja nicht das Problem sein denn wir haben ja bekanntlich andere Probleme und das sind aktuell eben die Manufakturen die eben gerade nicht existent sind so mal gucken was er jetzt sagt ob er sich da ein bisschen eingekriegt hat wir sind immer noch immer noch bei 27 fest so eigentlich bräuchte ich auch nur eben die Städte markieren und nicht alles aber den Gefallen tut er mir eher nicht ne immer noch minus 7 minus 7 das sind vielleicht 3 Firmen vielleicht mal gucken wir 1 2 2 dann kommen wir da rum um das Gebäude 3 dann fahren wir da die Straße rum so das sollte reichen dann haben wir 3 der Firmen am Start und den Rest kleistern wir dann erstmal mit Violinen dicht oder wir nehmen jetzt erstmal vom Prinzip her diese Firma und klatschen die überall hier rein und gucken dann mal wo wir rauskommen platztechnisch hier hier ist sowieso wieder Schicht im Schacht hier ist auch wieder so ein schöner toter Punkt aber da muss man einfach nur nagel noch rangehen dann bauen wir da noch eine Straße rein 1 2 gucken sehr quer ist aber auch Rumpe da wären wir nix mit da haben wir auch die Straße rum hier haben wir auch keinen Einfluss mehr ich befürchte einfach dass der gesamte Ausfall dieser Insel für dieses Projekt ziemlich falsch war das darf halt einfach befürchtet werden aber am Ende sind jetzt einfach auch einfach zu viele Inseln so gebaut und zu dass ein Inselwechsel jetzt eigentlich schon quasi gar nicht mehr in Frage kommt da wäre der Aufwand dafür wahrscheinlich viel zu groß gewesen wenn man eine Insel abreißen und da was neues machen ja okay das kann man machen das geht ja relativ schnell das ganze hier hat ja jetzt auch nicht lange gedauert hier hätte ich gerne noch irgendwo eine Feuerwehr rein geknallt aber dann passt das mit der Straße nicht also wird es wohl schon funktionieren eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken Violin produzieren auch da habe ich jetzt nicht unbedingt eine Ahnung davon wie viel ich brauche ich hatte die Zahlen aufgeschrieben aber meiner geistigen Umnachtung habe ich irgendwie nicht mehr daneben geschrieben was das für Firmen waren also einfach nur aufgeschrieben ja ich habe 7, 6, 19 und 16 nur wie es bei Anno so ist dauert alles eben dann doch manchmal einen Schlag länger und man hat hinterher keine Ahnung mehr was wollte ich mir mit dieser Zahl sagen so und wie gesagt das ist dann selber schuld so was sagt ihr jetzt zum Thema Geigen nein Violine nicht Geigen 8 von 23 ok 9 von viel zu viel viel zu viel aber ist gut dann gucken wir nach Spielwaren Spielwaren sehen top aus auch da haben wir viel zu viel eine gute Überproduktion da sind wir für das DLC bewappnet darum geht es ja auch dass wir in die Überproduktion kommen damit wir eben nach hinten raus genug Leute haben wenn wir die überregionale Post in Angriff nehmen was dann ja Phase was ja funktionieren sollte wenn wir da wirklich die riesen Insel bekommen im neuen DLC dann sollte das ja kein Problem sein da endlich genug Leute an den Start zu kriegen damit wir hier die überregionale Post auch anbieten können und das gibt dann ja pro Insel streckenweise bis zu 80.000 neue Leute zumindest auf meiner kleinsten Insel ausgerüstet eben nur mit Investoren bringt mir das 80.000 Mann und diese 80.000 Mann muss ich dann ja auch irgendwo versorgen mit dem ganzen Krempel hier und deswegen gehe ich einfach davon oh Gott Billiardtische viel zu viel da können wir die Hälfte der Firmen wieder dicht machen aber lassen wir sie laufen jetzt werfen wir nochmal einen Blick auf den Cognac wir machen folgendes wir werden nochmal ein paar Billiardt Fabriken in Cognac Fabriken umändern das werden wir auf jeden Fall noch machen ich hätte jetzt gerne das ist hier irgendwo ja hier ist Billiardt ich würde das wie gesagt gerne zusammen behalten ein geschickter Zug sich dieses Fachwissen zu sichern so das sollte dann reichen dann sind wir jetzt noch ordentlich in der Cognac Überproduktion die ganze Verteilung wird jetzt natürlich ein bisschen Zeit in Anspruch haben weil die Lager streckenweise wirklich komplett geplündert waren dadurch dass ich eben die ganze Insel abgerissen habe und erstmal aufgebaut habe das heißt die Verteilung springt dann langsam an und wir dann dafür sorgen dass jetzt nach und nach die Leute eben wieder steigen sieht man das auch schon teilweise streckenweise das jetzt hier gerade die Investoren die ja den ganzen Krempel hier eigentlich haben wollen streckenweise natürlich auch die Ingenieure aber wir haben hier in dieser Welt eben aktuell mehr Investoren am Start die darauf eben angewiesen sind die wollen wir natürlich auch glücklich machen weil sie uns ja hier in dem Fall die Kohle einspielen obwohl ja diese Zahl eigentlich auch genauso gut zwei sein kann weil es eben völlig egal ist ich könnte niemals die Sicht der Handwerker verstehen Kunst ist Wissenschaft elegant und schön aber mit Sinn genau das denke ich auch jeden Morgen wenn ich aufstehe Kunst ist Wissenschaft oder Wissenschaft ist Kunst oder was weiß ich so Al Viché dann sind wir auch gleich da wo wir als nächstes hin wollten in die neue Welt denn wir haben noch ein ganz anderes Problem am Start gehabt das habe ich ja bis dato erstmal ignoriert gehabt weil ich ja erstmal die DDS GmbH neu aufbauen wollte auf die Items warten wollte für die Zimtproduktion hier angelegten dümmsterweise reichten die Items nicht aus um eben die Zimtproduktion wirklich nach oben zu pushen das reicht wirklich nicht ich habe alle wir haben ja hier Zimt wie viel habe ich denn jetzt überhaupt da am Start alle Inseln ich habe also tatsächlich noch eine massive ich habe 81 mögliche und da noch 13 die geht der Verbrauch ja hoch ich bin also deutlich komme mit ein paar Heimen die ich da angelegt habe nicht hin da gibt es jetzt ja mehrere Möglichkeiten die wir tatsächlich ja haben wir haben könnte zum ersten Mal könnte man beigehen und sagen hier zum Beispiel haben wir das Lager ist voll genau wir haben hier das seht ihr hier wir haben hier unheimlich gepimpt den Baumwollhandel da könnte man sagen alter da kannst du mal du produzierst so viel Baumwolle über die brauchst du in 100 Jahren nicht dann mach mal die Hälfte wieder von dicht oder wir können sagen okay wir fassen mal die ganzen anderen Geschichten zusammen eben durch zum Beispiel die Poncho Fabriken jede einzelne Insel verfügt derzeit über mindestens zwei Poncho Fabriken und eben auch zwei Alpaka Farmen wir haben glaube ich mehr Ponchos als wir eigentlich bräuchten auch hier könnte man sagen schieben wir die ganze Schose doch auf eine Insel zusammen das können wir jetzt ja und geben den ganzen Platz dafür frei und holen uns dafür dann eben die Zimtheine rein um damit eben den Markt zu befriedigen auf der anderen Seite habe ich mir gedacht na komm ich habe doch noch eine Insel über die ich eigentlich für was anderes gebrauchen wollte nur dann wurde mir dann aber auch dann klar dass das auch ein Fehlgedanke war weil ja nämlich ich habe ja hier also es wird ja diese neue Stufe geben so und ich arbeite hier in der neuen Welt mit der Hacienda ausschließlich so es läuft das dann ja wohl so ab dass ich hier aus Platzmangel kann ich ja nicht beigehen um hier neue Häuser zu bauen das heißt es wird dann hier wohl eher nur ein Austausch der Bevölkerung geben dass ich einfach sage so ich habe hier auf dieser Insel als Beispiel wo sind wir jetzt hier seht nur wir befinden uns in bester Gesellschaft 55 Chonacheros untergebracht und die Frage stellt sich wie viele davon brauche ich wirklich das heißt die überflüssigen Häuser die ich nicht brauche werden quasi in der Hacienda abgerissen und dann durch die neuen Häuser der neuen Schicht einfach quasi ersetzt andere Häuser wenn ihr das nach dem alten Spielstand spielt werdet ihr die Häuser einfach nur aufsteigen lassen und ihr müsst dann entsprechend natürlich die Obreras aufsteigen lassen und danach die Chonacheros damit sie die Obreros ersetzen aber das braucht man ja in der Hacienda ja eben nicht da müssen wir einfach nur beigehen und die Chonacheros abreißen jeder Spanier wird mich gerade erschießen wie ich das ausspreche obwohl ich mich eigentlich bemühe gerade Spanisch zu lernen aus Jux und Dollerei wie gesagt da werden wir dann beigehen und einfach die Häuser dann austauschen und dadurch wäre das Problem eigentlich gelöst und ich tatsächlich müsste dann hier ja nicht wirklich weiter expandieren und eben durch Einsparungen kann man ja eben wie man sieht da was zusammenfassen von daher ist das eigentlich dann egal ob ich die Insel jetzt schon mit Zimtheine voll knalle oder nicht wie gesagt müssen ja auch gerade nur so viel sein damit die Kaugummi Produktion wieder anläuft denn darum geht es hier in der ganzen Show eigentlich um Kaugummis weil ich da wirklich viel zu wenig habe und dann werden wir mal gucken wie das dann weiter läuft danach ist eigentlich auch schon fast die Vorbereitung auf das neue DLC abgeschlossen tatsächlich warten jetzt nur noch das Zimt darauf produziert zu werden dann eben noch die Great Eastern die werden gerade gebaut und eben für den Transport der Waren für die neuen Welten oder für die neuen Leute weil ich gehe mal davon aus dass dann wieder ein Warentransfer stattfinden muss dass wir unheimlich viel über den Captain bestellen müssen und diese Waren sollen ja dann hier auch anlanden können weil ich bestelle ja tatsächlich gnadenlos alles über die Speicherstadt was ich bestellen kann nur eben gerade aktuell Ponchos nicht die muss ich halt noch herstellen aber auch da jetzt schon einzugreifen ohne wirklich zu wissen was mich da erwartet weil ich könnte es googeln da ist ja Google der beste Freund oder mir tausend andere Videos angucken aber dann brauche ich es am Ende auch irgendwie selber nicht spielen weil ich finde das ist dann schon viel spannender wenn man eben nicht weiß was einen da erwartet als wenn man das alles googeln würde auf jeden Fall steht für mich fest ich weiß jetzt wie ich das hier zu machen habe weil es einfach die Logik ergibt wie gesagt dieses Haus Ich habe schon Schlimmeres erlebt genau ja dein Abriss steht noch an einfach raus damit und dann eben das neue Projekt dann reingeknallt weil wir haben ja hier 4400 Arbeitskräfte sinnlos in der Gegend rumstehen okay jetzt natürlich kommen auch noch welche dazu weil wir ja jetzt hier eben diese Insel hier halbwegs besiedeln wollen schon mal vorab das heißt wir werden hier dann gleich ich bin mein Leben lang ohne deine Makina Schinfeld hier die Eisenbahn reinzimmern das ist immer das Erste was ich hier mache Material haben wir ja munter da und ich denke dann fangen wir jetzt auch damit an wenn ich hier jetzt meinen Heimathapen wieder finde da ist er weil wir haben hier unendlich viel Öl was wir noch abgraben können da müssen können wir also wie gesagt ziemlich was mit bewegen auch wenn wir das Öl so jetzt eigentlich nicht wirklich brauchen möchte ich es doch gerne mit einbinden und erstmal nur stehen lassen und ich glaube dafür machen wir aber ganz was anderes das mache ich es sonst eigentlich auch nicht aber ich glaube ich reiße jetzt mal alles ab hier was wir hier an Pflanzen erstmal haben man kann ja hier hinterher wieder alles begrünen das ist nicht das Problem das ist wirklich nur eben der Übersichtshalber aber die Insel ist dann ist schon ziemlich gigantisch hier wäre eigentlich eine schöne Größe gewesen um hier Leute anzusiedeln aber vielleicht kann man daraus ja auch einfach wenn man jetzt hier wirklich Platz hat hier irgendwie Zimthausen draus machen das wäre auch eine lustige Geschichte dass man einfach sagt so okay komm wir knallen hier einfach alles voll mit Bäume so viel wie geht und reißen dann hinterher diese ganzen kleinen Inseln einfach wieder ab das würde ja auch gehen aber da müssen wir tatsächlich nochmal gucken wo wir daraus kommen das weiß ich jetzt noch nicht aber das erste Mal steht eben die Eisenbahn im Vordergrund da haben wir hier können wir die mal reinsetzen hier da müssen wir da müssen wir so ich hätte den gerne noch mit da drin sonst müsste ich die nur verschieben ich werde sie sowieso verschieben das kann irgendwie so wie hier das ist auch ein geschickter Zug sich dieses Fachwissen zu sichern so dann gucken wir mal ich habe glaube ich genug Genehmigung dafür je mehr desto besser genau so dann schieben wir die ganzen Nebenbogen eben beiseite weil die nehmen auch nur Platz weg machen wir hinten es fühlt sich immer so ein bisschen an wie Schienen dass man das kann aber wenn Anno uns sagt ihr dürft das dann tun wir das auch so drei sollten es sein da ist die dritte wer weiß aber ich glaube die gehen brauchen wir eh nicht das können wir also die Trost stoppt die Produktion stoppt die Produktion genau so so dann gucken wir mal mit rumstehen kann man keine strahlen kann man nicht nein aber die Frage ist ob wir das überhaupt wollen so dann müssen wir jetzt auch so dass wir uns das Ziel nicht in die Eisenbahn reinlegen so wenn wir die dann hinterher noch ordentlich pimpen dann haben wir dann haben wir hier Erdöl bis zur Vergasung auch ein schönes Wortspiel Erdöl bis zur Vergasung haben die hat die hat und die hat dann brauchen wir den Ölhafen dann brauchen wir den Ölhafen ich würde den hier anrichten ich würde den hier anrichten und hier dann halt das ist auch so dass man nur einen bauen kann und dann machen wir hier halt einen kleinen Speicher rein 2700 das reicht auf jeden Fall und dann verbinden wir jetzt mal Nummer 1 am liebsten wäre es mir das werden wir auch tun so so dann kann er mir nämlich nicht die Ohren voll jaulen mit seinen blöden Parallelschienen wenn jeder seine eigene Linie hat so das wird natürlich jetzt eine Fußüberspannung das muss auch nicht gerade sein das ist ja egal ah da kreuzen die sich hier ok ist aber ja auch ein paar aber das gefällt mir jetzt weniger so dann bauen wir uns jetzt hier ein richtig schönes so dann fährt hier dann Zug um Zug jeder an ok jeder kann zwar nur von einem Zug angefahren werden das heißt wir haben zwar 5 Züge das heißt ja so dass jetzt theoretisch gesehen wenn ein Zug hier unterwegs ist es kann natürlich da kein zweiter hinfahren das ist natürlich völlig klar ebenso wie hier das heißt wir hätten das Ganze auf 3 Züge begrenzen können aber das macht ja nichts das ist ja völlig eagle ich werde weiterhin nach Freiheit für alle streben dann tun sie das streben sie weiter nach Freiheit für alle finde ich nett von ihnen dass sie das tun nein wir wollen keinen Luftschiff hangar bauen wir brauchen einen Luftschiff Hafen das neue Herzstück wie ich finde dieses Spiels in der neuen Welt dafür brauchen wir dann hier die Pendler Station und Rums Bums und natürlich das Item Terminal ganz 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 richtig Post ach komm was solls was soll der Geiz wer weiß das schon auch wenn das Luftschiff Lager eigentlich nicht an das öffentliche Straßenverkehrsnetz angeschlossen werden muss aus irgendwelchen Gründen die ich ernsthaft nicht wirklich kenne mache ich es trotzdem ganz gerne nur fürs Gefühl so kommt hier die Straßen rein dann ziehen wir hier die Straßen rein wie gesagt das ist ja so eine Insel die bietet sich die schreit förmlich danach hier als Produktionsstätte genutzt zu werden für wirklich jeden Scheiß das bietet sich wirklich echt an zu sagen so komm hier hier wir machen alle Industrien die wir haben siedeln wir hier an und verteilen die ganze Scheiße von hier aus das bietet sich richtig an das würde uns das Leben echt erleichtern da ist das wirklich hier eine Wahnsinnsfläche das ist tatsächlich mit einer glaube ich der größten frei bebauten Inseln die ich hier im ganzen Spiel habe ich glaube darüber muss ich jetzt nochmal nachdenken ob das nicht eher was wäre wirklich zu sagen so ok scheiß was drauf wir nehmen die ganze Schose da runter vergrößern hier das Lager und verlagern sämtliche Produktionsstätten nach hier das würde natürlich unheimlich viel Druck auch rausnehmen wegen den ganzen Anlieferungen weil aktuell liefert man ja sehr sehr viele Produkte an sehr sehr viele Orte gleichzeitig und hier könnte man einfach sagen so komm einmal hier mit Mais hier rangekarrt den Produzenten kaufe ich ja auch schon in der neuen Welt ich glaube darüber werde ich jetzt nachdenken ob das sinnvoll ist mein Kopf sagt irgendwo ein Stück weit ja das ist sinnvoll aber ganz sicher ist sich da mein Kopf auch noch nicht weil dann könnte man nämlich aktuell sieht das ja so aus dass hier in Prospery eben Zellulose hergestellt wird eben mit unendlich schon mal viel Baumwolle weil Baumwolle und Zucker ist so ziemlich das Einzigste was ich hier noch selber anpflanze wenn man dann sagt komme ich damit hin dass man sagt okay wir züchten hier den Zucker hoch die Menschen lassen sie hochlegen diesen Tag eben mit denselben Items die man auch für die Dings gemacht hat dann hätte man diese Insel frei oder könnte das dann könnte dann natürlich die ganzen Zucker dann entsprechend da hinten hin karren und könnte dann die Flächen für teilweise für den Zimt benutzen das wäre natürlich eine ganz andere Operation als einfach zu sagen okay komm ziehen wir einfach nur die Heine da hoch und freuen uns ein Keks ne da muss ich drüber nachdenken gut dann mache ich mal eine Gedankenpause sag dann mal bis später schau